Immer dann, wenn die ÖVP mit dem Rücken zur Wand steht, da gibt es halt dann eine Selbstanzeige, um das Schlimmste zu verhindern, aber im Prinzip muss man das aber ein bisschen genauer betrachten. Und zwar, wenn sich die ÖVP Vorarlberg jetzt selbst anzeigt oder der Wirtschaftspunkt besser gesagt bei der Finanz, dann führt das ja dazu, dass der Herr Brunner als Finanzminister Vorarlberg eigentlich gegen sich selber ermitteln muss und da sagen wir, das kann es ja wohl nicht sein. Das war ja genau das Argument, das damals von Gernot Blümel ins Treffen geführt worden ist, als man den Herbert Kickl unbedingt aus dem Amt haben wollte. Nur bei Herbert Kickl gab es damals kein Substrat, beim Herrn Brunner schon. Der Herr Brunner war selbst Direktor des Wirtschaftsbundes Vorarlberg und das ist genau der Grund dafür, warum wir sagen, da gibt es also einen Interessenskonflikt, den man so nicht stehen lassen kann. Und deswegen von uns eine klare Aussage, Herr Peschorn, übernehmen Sie. Der Herr Peschorn ist der Chef der Finanzprokuratur und der hat natürlich auch das Zeug dazu, diesen Skandal entsprechend aufzuklären. Wenn man sich anschaut, was sich da gerade wieder äußert und es vergeht ja kein Tag, an dem wir nicht neue ÖVP-Skandale zur Kenntnis bekommen, dann sieht man, dass sich diese korruptive DNA der ÖVP mittlerweile von Bodensee bis zum Neusiedlersee zieht und das muss man natürlich auch entsprechend hintertreiben. Wie gesagt, der Herr Brunner war schon Direktor des Wirtschaftsbundes auch im fraglichen Zeitraum und deswegen können wir es nicht zulassen, dass diese Ermittlungen von ihm als zuständigen Minister geführt werden. Das System der ÖVP haben wir mehrfach schon herausgearbeitet als sogenannten Tiefenstaat. Man hat sich wirklich überall die Netzwerke zurechtgelegt, die man braucht, im Justizministerium, im Innenministerium und natürlich auch im Finanzministerium und deswegen gehört dort einmal entsprechend Reine gemacht. Wir fordern, dass der Herr Pescham interimistisch jetzt das Amt des Finanzministers übernimmt. Interimistisch deswegen, weil es ja nur mehr so lange dauern kann, bis diese unzählige Bundesregierung auch aus dem Amt gejagt ist und wir endlich den Weg frei für Neuwahlen haben. Was wir hier sehen, ist ein schwarzer Faden, der sich mittlerweile zu einem schwarzen Abschleppseil zusammengesponnen hat und dieses Abschleppseil wird offensichtlich jetzt gerade dazu benützt, die Bundesregierung dort hinzubringen, wo sie hingehört, auf dem politischen Schrottplatz. Bis zum nächsten Mal. costume eines Weinen katol center Was er